Hast du schon den neuen Disney-Film Encanto gesehen? Darin geht es um eine Familie, in der jeder Einzelne eine ganz besondere Gabe bekommen hat. Wie zum Beispiel Wunden heilen können oder mit Tieren sprechen können oder die Zukunft vorhersagen können oder das Wetter gestalten. Und die einzige, die keine Gabe bekommen hat, ist die kleine Mirabelle. Und sie verbringt ihr ganzes Leben damit, verzweifelt herauszufinden, was denn nun ihre besondere Gabe sein könnte. Die Quintessenz des ganzen Films ist dann so schön, weil es geht gar nicht darum, dass du eine besondere Gabe haben musst, ein ganz besonderes Talent, um etwas bewirken zu können in der Welt, sondern es geht letztendlich darum, dass du du selbst bist und dass du das, was in dir steckt, zum Leben erwächst. Deine besondere Fähigkeit, die vielleicht einfach nur darin besteht, dass du ganz besonders hilfsbereit bist, dass du ganz besonders mutig bist. Also, was ist denn deine besondere Gabe?